Top Show. Großartig. Beklavadona, das ist ganz toll. Mega, super cool. Bombastisch. Richtig geil gemacht. Super hübsche Pferde. Tolle Darsteller. Super Kostüme. Das ist wirklich Kunstgefühl. Wo es dunkel war und plötzlich die ganzen Lichter aufgeflammt sind. Ich glaube, an diese Szene werde ich mich mein ganzes Leben noch erinnern. Also man muss es einmal gesehen haben. Einfach unbeschreiblich. Besser geht es nicht. Komm mit und lass dich begeistern.